Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus T-Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und das Chaos ist gerade verwundert, warum ich so eine lange Pause gemacht habe nach der 1. Ja. Werde ich ihm aber gleich erklären. Dann meine Taste hat wieder geprellt. Das heißt, die Aufnahme ging nicht los. Und dann habe ich gleich nochmal drauf gedrückt und dann habe ich angefangen. Ich hatte das Prellen nicht. Ja. Also bis jetzt beim Stream Deck. Einmal hatte ich es, glaube ich. Ja, einmal hat es das auch schon. Das hast du auch schon mal von berichtet. Das hast du schon mal. Aber... Gut. Vielleicht drücke ich die Tasten anders. Ja, das kann möglich sein. Dann wollen wir dann nochmal drüber reden über das Glück dieser Erde, was liegt auf dem Rücken der Pferde. Bist du denn schon mal im Real Life auf einem Pferd gesessen und geritten? Geritten nicht, gesessen glaube ich schon. Warum hast du nur drauf gesessen? Hast du dich denn nicht damit bewegt? Nein. Nein, nein. Ja, ich muss ehrlich sagen, das interessiert mich auch nicht. Achso. Ja, ist ja okay. Sehr legitim. Pferde existieren für mich. Ja. Mecken teilweise gut. Ja, das wurden wir wie so zurechtgemacht sind. Ja, so ein Pferdeleberkiss. Ja, ja. Ja, ich persönlich habe schon durchaus auf Pferden gesessen, auch auf mehreren schon. Auch mal einmal ohne Sattel. Denn, ähm... Ah, ja. Denn, äh, wir hatten damals... Der letzte hat länger zum Fallen gebracht. Ja. Ähm... Wir hatten damals auch ein, äh, Pferd bei der, äh, LPG quasi. Also merkt man, ich komme aus dem Osten. Ähm, bei unserem örtlichen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Wir hatten ein Pferd, das hieß Asta. Ja, das war quasi so das LPG-Pferd. Ähm, für... Konnte man sich da ausleihen und dann hat auch Flüge gezogen oder hat, glaube ich, auch das Ding gezogen, womit du Spargel reinhochgeschaufelt hast. Irgendwas war da jedenfalls mit. Ähm... Ein Labpferd. Ja, so in der Art. Und, ähm... Das, äh, ist immer auf einer gewissen Koppel durch die Gegend gerannt mit. Ah ja, doch, das Putzen bringt jede Menge. Das bringt fast 400 Dollar. Ähm... Wir hatten Hochdruckreiniger. Nee. Oh. Ähm... Tut wieder. Und da, da habe ich auch mal drauf gesessen, ohne Sattel halt, ne, weil das ist ja einfach so auf der Koppel da rumgelaufen. Es war auch sehr zutraulich und war ein sehr gutmütiges Pferd. Das war ein, äh, Hafflinger. Also ein richtiges Brauereipferd. Ja, es wurde sicher auch mehr gefüttert. Ja, das war halt, ne, es war, war... Stand auch gut im Futter. Aber so ein Hafflinger, also so ein Kaltblut, also so ein richtiges Brauereipferd dann halt, ne. Dieses typische, was man sich so vorstellt, bei dieser ganzen Werbung immer. Und... Ja. Vielleicht gibt's Bierwerbung mit Pferden? Früher gab's das, ja. Okay, bei uns ist das egal. Mit so einer Pferdekutsche und dann hinten so die Fässer Bier raus oder so. Oh man. Gab's früher jedenfalls Werbung. Das ist aber wahrscheinlich auch schon... Bei uns gibt's eigentlich sehr wenig Bierwerbung im Fernsehen. Vielleicht auch gar keine, weil's verboten ist. Ähm. Nein, ist es nicht. Ich find immer noch schön, dass in GTA das Bier Pisswasser heißt. Ja, ja. Das ist für mich immer noch sehr, sehr... Das find ich gut. Vor allem, weil halt die meisten Amerikaner das nicht verstehen. Ah, ist das im Englischen auch Pisswasser? Ja. Ein bisschen, ne? Ja, ja. Ist das nicht sogar noch mit dem Schaffen-S? Oder ist das mit Doppel-S? Ja, das ist, glaub ich, mit Schaffen-S. Ja, ja. Oder nee. Nein, Doppel-S ist es. Ja. Ja. Aber auf der GTA-Map wurde sehr viel gepfuscht, was ich so entdeckt hab. Ja, dort mitten in Los Santos sind halt Einfahrt-Frei-Halten-Schilder. Da steht wirklich auf Deutsch Einfahrt-Frei-Halten. Weil die halt das Asset von irgendwo wiederverwendet haben. Ah, ja. Ja, du, das kann ja auch sein. Vielleicht wohnt er ja auch in Deutschland. Auf mehreren? Naja, vielleicht sind das ja in der deutschen Kolonie irgendwo. Und teilweise sind, also teilweise wurde da echt gepfuscht. Ah, ja. Wenn man es genauer betrachtet, sieht man das. Ah, ja. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, um mal zu filmen zu kommen? Weil ich ihn gerade auch hier auf einem Auge sehe. Bei Nitro läuft er gerade. Da läuft er nämlich zurück in die Zukunft. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Three- oder Two-Pine war und dann One- oder Two-Pine wurde. Aber das Einkaufszentrum. Das heißt ja, am Anfang, wenn du da drauf guckst, glaube ich, Three-Pine-Einkaufszentrum. Also Drei-Pinion-Einkaufszentrum. Und in der Vergangenheit, wo die reisen quasi in die Vergangenheit, müssen wir zurück in die Zukunft, machen die einen Baum kaputt. Und wenn die wieder in der Zukunft sind, dann heißt das eben ein weniger. Ich glaube, Two-Pine heißt es dann. Okay. Ja. Ich glaube, das ist auch eine Anspielung bei dem Hospital. Weil Two-Pine Hospital heißt doch dieses... Two-Point Hospital heißt das. Ach, Two-Point, nicht Two-Pine. Okay. Two-Point? Ja. Ich habe es letztes Played, ne? Und ich muss ehrlich sagen... Den letzten Ballen willst du den nicht noch einlagern? Bleibt einer nur über? Ja. Ja, den lager ich dann mit ein. Den schmeißen wir gleich auf die Dings-Maschine drauf. Ja, zurück in die Zukunft war schon cool. Ja, also die haben da auch wirklich an solche Sachen gedacht, ne? Also sind so andere Sachen noch, die da auffallen. Aber das ist schon greckig. Also das hat ja noch so eine, äh, ja, flüssigen Sachen mit einbauen, ne? Wo dann die Leute natürlich da sagen könnten, ey, da habt ihr nicht drauf aufgepasst oder so. Ich möchte, also eigentlich möchte ich das auch haben. Ich möchte in die Zeit zurückreisen, äh, oder eigentlich müsste ich in die Zukunft reisen, mir einen Sport einmal nachholen und du musst dir nur ein Jahr vor. Oder eigentlich reicht es dir ein Wochenende vor. Ja. Ein Wochenende vor und dann... Und du brauchst kein Sport, Alma, da ist das Internet. Musst du dafür nicht mal Geld ausgeben. Ja, theoretisch. Aber man könnte da sich auch die Lottozahlen holen, ne? Und so, wenn mal wieder 56 Millionen drunter sind. Ja. Dann kreuzt du einfach die Lottozahlen richtig an. Und schon hast du ausgesorgt. Deswegen wird, Zeitmaschine wird nicht funktionieren. Das würde, auch wenn es einer erfinden würde, das dürfte nicht rauskommen. Weil das kannst du so Extremes brauchen. Oder dann, wenn es kein Geld gibt. Ja, aber Geld wird es immer gegeben, glaube ich. Ja, das glaube ich nicht. Du wirst keine Gesellschaftsform finden, wo du nicht, äh, quasi das... Geld ist ja nichts weiter als der Ersatz eines Tauschmittels. Weil du ja als, äh, Typ der, also, Tauschhandel wie früher, ähm, da ersetzt der Geld quasi den Tauschhandel, weil... Der eine brauchte nicht immer die Kartoffeln, die du hast. Und du wolltest von dem aber die Butter haben. So kannst du jetzt die Kartoffeln in Geld umwandeln, denn Geld nimmt auch der, der Butter haben will. Aber stell dir vor, es, ähm, gibt einfach genug, also, äh, die meisten Jobs sind durch Roboter ersetzt. In der Produktion und so weiter. Oh, leck. Ähm, und es gibt genug Produktion, dass... Also, es gibt halt kaum noch Jobs, außer in der Unterhaltungsbranche. Also, auf YouTube. Ja, zum Beispiel. Oder halt die, die halt Roboter programmieren. Oder forschen. Verdammt, ich muss denn doch noch immer arbeiten, auch wenn es Roboter gibt? Ja. Ähm, und... Das, quasi, es gibt kein... Die meisten Leute müssen einfach nicht mehr arbeiten. Das ist der Status. Und es gibt, wird genug produziert von allen, so, dass... Jeder quasi... Sich das nehmen kann, was er braucht. Und du glaubst, dass dieser Zustand erreichbar ist? Nicht in den nächsten 100 Jahren. Dieser Zustand ist nicht erreichbar, weil wir gar nicht genügend Ressourcen haben, um alle Menschen auf der Erde den gleichen Luxus zu bieten, oder beziehungsweise den gleichen Lebensstandard zu bieten, den wir jetzt hier haben. Da brauchst du drei Erden für. Der Standart kann sich ja ändern. Aber nicht mehr sinken. Also, nur nach dem Krieg wird er sinken, aber... Doch, ich mein schon, dass er... Also... Vielleicht, dass man bewusster lebt, dass man nicht mehr so viel wegschmeißt. Aber das... Unter anderem... Boah, das wird schwer. Das ist ja utopisch, ist das ja. Nein. Ich sage ja nicht, dass es... Also, das ist... Ich sage ja... Boah. Das wäre so für mich das ideale Gesellschaftsbild, muss ich sagen. Ja gut, aber da bist du nah am Sozialismus, ne? Ja. Ja, das ist man. Alle für einen, einer für alle, oder alle produzieren und alle können dann auch das nutzen. Genau. Ja, ja. Ich finde ja das Konzept generell nicht schlecht. Ja, das stimmt. Die Idee ist nicht schlecht, die dahinterstehende Problem ist halt der Mensch. Aber was hat denn den Sozialismus quasi zum Fall gebracht? Das Geld. Ja, Gier. Ja, die Gier nach Geld. Den es eigentlich im Sozialismus nicht wirklich geben sollte, das Geld. Naja, das Problem ist immer der Mensch, weil, sag mal, ich persönlich, ich für meine Person, wenn ich ganz in Ruhe leben kann, ich würde klarkommen, ich würde immer zu Essen haben, ich würde mein Internet haben, ich würde hier meinen Rechner haben, sonst irgendwas. Also, ich bin jetzt wirklich gar nicht materialistisch eingestellt. Ich muss sagen, ich brauche keinen, ich brauche jetzt keinen Supersportwagen. Nee, brauche ich auch nicht. Ich brauche keine Luxusvilla, was will ich in einer Milliarden-Dollar-Villa, da verlaufe ich mich hier so. Und mich, naja, das ist das Nächste, aber ich persönlich brauche auch, oder das Problem ist halt, dass da Neid entsteht, weil irgendeiner, weil das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner, der andere hat immer mehr oder man möchte mehr haben, als der andere hat. Solche Menschen gibt es ja. So bin ich überhaupt nicht. Wenn jemand anders mehr hat als ich, dann freue ich mich darüber, dass er das hat. Das ist ja so ein bisschen die amerikanische Einstellung, ne? Also, die deutsche Einstellung ist da ja wirklich sehr viel, das ist ja Neidkultur in Deutschland. Das kann es ja sein, was du willst. Naja, ich glaube, dass es in den USA teilweise auch so eine Neidkultur gibt, aber die halt, ähm, die ist halt versteckt. Die sagen das nicht direkt raus. Ja gut, was sie denn hinter das Hirn machen, ist wieder was anderes. Das ist ja, in den USA ist ja auch immer, bevor du irgendwas willst von einer anderen Person, machst du mal so zuerst mal, hallo, wie geht's dir, bla bla bla. Das interessiert auch in echt gar keinen. Das sagen ja die Amerikaner auch selber. Ja. Und hier ist es halt so, du sagst, was du willst. Ja, aber hier ist auch wirklich, also ich finde, also das empfinde ich immer hier so, das ist wirklich so, sehe ich auch bei mir in der Firma. Ganz einfaches Beispiel bei uns aus der Firma, äh, um es mal wieder anzubringen, ähm, Mitarbeiter unterhalten sich untereinander. Und da geht es halt eben wirklich darum, wie viel Geld der eine hat oder wie viel Geld der andere verdient und du verdienst ja mehr als ich und dann musst du doch ganz ruhig sein. Boah, diese Diskussion, die hörst du so oft, wirklich richtig oft hörst du das. Und das ist für mich quasi persönlich, ist das so ein, so ein, hä, warum? Ist doch scheißegal. Ne, also, ist jeder, also ich bin persönlich, was ich verdiene, verdiene ich, klar, mehr kann als immer sein, aber ich komme klar, ich kann alles bezahlen, was ich bezahlen muss, ich kann mir einen gewissen Luxus leisten. Mir geht es nicht schlecht. Mir geht es nicht schlecht, aber ich muss mir einen Anzug kaufen, fällt mir dabei ein. Ah, für die Hochzeit. Ja, nicht nur für die Hochzeit. Ähm, ich habe meinen, ich habe meinen, meinen, meinen Anzug, habe ich ja meinen Anzugsack gerade hier hinten im Auto liegen, ne? Jetzt über anderthalb Jahre. Ja. Ja, aber es hat die Sonne wohl mit dem Anzug gemacht, ne? Der hat nicht mit den, an allen Stellen, die gleiche. Passt er von der, ähm, Konfirmation nicht mehr? Doch, er würde noch passen. Also, er ist nicht eingelaufen. Ähm, aber, äh, die Farbe hat sich verändert an manchen Stellen, wo die Sonne halt, äh, extrem herankam. Was? Ja. Echt? Und das hat, äh, sorgt natürlich dann für Probleme bei so einem Anzug, ne? Wenn der Anzug dann halt eben aussieht wie Mucks und Mulle. Würde nicht cool kommen, wenn der mit Munde, so ganz komische Streifen hat er da. Äh, ja. Ist nicht gut. Willst du die Ball-Wickelmaschine noch kaufen? Äh, ja, könnte ich machen. Ähm, fahr ich mit dem Gründrack da runter, verkaufe die anderen zwar? Äh, ähm, na du musst ja, ja, da musst du, hinten kannst du die Roller anhängen und, äh, die Zange kannst du ja vorne anhängen. Und dann kannst du die Ball-Wickelmaschine mitbringen, ja. Dann kaufe ich die jetzt mal schon. Von Osus ist die. Äh, welche Folienfarbe möchtest du haben? Kostet die extra oder kann man die modifizieren? Kostet nicht extra. Kann man jederzeit modifizieren. Mh, du hast Weiß, Schwarz, Pink und Grün. Okay, bei uns gibt's immer so ein helles Grün. Okay, dann nehme ich ein helles Grün. Also so Grün-Weiß ist das quasi. Oh. Ist gekauft. Äh, kostet der alle Wagen, der Große? So, ich muss mal gucken, was, wie weit mein Pferd jetzt hier ist. Haben wir schon die 100% auf Rocky? Ja, haben wir auch. Kann ich das mal rückbringen? Und dann gucke ich mal, was der Große Wagen noch kostet. So, jetzt muss ich Rocky putzen. Oh, Rocky sieht aus wie eine Sau. Halt, doch mal spielst du Rocky. Ränder nicht weg von mir. Ich will dich doch noch striegeln. Rocky! Adrian! Kommt ja auch bei der neuer, ähm... Rambo? Rocky? Rambo kommt raus. Nicht Rocky, aber... Noch ein neuer Rambo? Ja. Da geht's jetzt drum, ähm... Also er ist nicht mehr alleine. Weil im letzten Rambo-Teil ist er quasi nach Hause zurückgekehrt. Im letzten neuen. Also neu. Ja, war er im letzten, war das nicht, dass man auf dem Boot rumgefahren ist? Genau, und dann ist er am Ende nach Hause zurückgekehrt in die USA. Ah ja. Ja gut, das hat er im ersten Teil auch schon versucht. Hat ja nicht so geklappt. Und... Ja, jetzt ist er halt zu Hause und ich glaube diesmal wird die Tochter von einer ehemaligen Kollegin entführt oder so irgendwie. Jetzt mach doch nicht hier, spoil doch nicht. Das ist ihm... Das ist die offizielle Beschreibung. Ach so. Vom Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der ist noch nicht draußen. Ja, na gut. Und dann, äh... Was macht er denn noch so schönes dann? Und er schießt wieder lauter Leute, ja? Ja, dann macht er halt Rambo-Sachen. Ach, Rambo-Sachen macht er. Dann zieht er mit irgendwen los. Okay. Wollen wir das Silo denn auch gleich verkaufen oder willst du da wirklich die Ballen drinnen stapeln? Ah, dann musstest du sie extra wieder rausholen da, das ist ja auch Blödsinn. Ja, verkauf's. Da haben wir extra eine Mod uns geholt fürs Kopf-Silo. Ja. Ich glaube wir nicht in die Ballentechnik wollen, jetzt sind wir immer gezwungen zur Ballentechnik. Ja. So, wo muss ich denn da hin? Warte mal. Kriegen wir langsam fährt. So, P, Garage, ganz nach hinten, Milo, verkaufen, ja, okay. Ich glaube ich kann die Geräte ja dort dann, oh ja, ich kann sie schon verkaufen, das macht man ja. Du machst das bei dem, äh, Dingspunkt. Und nicht beim Shop. Ja. Ich mein, ich bin eh unterwegs, sonst hätt ich sie ja auch quasi bei unserer Kiste verkaufen können. Ja. Hätten wir sie auf Ebay gestellt. Genau. Und du kannst ihn gleich noch tanken. Ja. Wollte ich eh machen. Ja. Oh, da haben wir ordentlich Geld auf der Kante jetzt. So, das lief doch ganz gut. Obwohl wir jetzt neue Technik und so haben alles. Ja. Und wir haben noch kein Getreide verkauft. 15.000? Ja, was hast du denn, wo du Stroh verkaufst? 15.000 haben wir jetzt so dann. Morgen machen wir dann die ganze Grasgeschichte, Silage. Äh, wollen wir gucken, ob es lohnt, das Schneidwerk zu wechseln? Ja, das wäre super. Dass du denn wirklich vorne das Schneidwerk hast, bis jetzt auch jetzt tankst du gerade. Ja. Ah, die Dinger hast du noch nicht verkauft, oder wie? Nein. Okay. Weil, bevor ich mit einem Anhänger da hineinfahr. Hä? Naja, dieser Ballenwickel-Ding. Das ist ja ein Anhänger. Bevor ich damit hineinfahr in die Tankstelle, fahr ich lieber quasi... Alles klar, okay. Verstehe. Eigentlich könnte man den Ballenspieß ja auch verkaufen für 400 Dollar, ne? Nein, egal. So, für die Silageschneidezange kriegst du noch 3.000 und für die Dings kriegst du knapp 6.000. Das ist nochmal 9.000 oben drauf. Ah ja, jetzt hast du 3.000. Jetzt hast du die Zange verkauft. Hm. Wenn du mich jetzt verklickt... Ich hab außerhalb auf Tab gedrückt und nicht im Menü. 7.000 da nochmal, sehr schön. Noch 10.000 wieder dazugekriegt. Sag mal, 25.000 auf der hohen Kante. Und willst du dafür ein bisschen Kredit zurückzahlen? Warte mal ganz kurz, bleib mal da. Ja, ich kann schon die Maschine holen, oder? Ja, die kannst du hinten dran hängen. Ah. Und da ist noch was, was du vorne dran hängen kannst. Und dann kannst du das andere Schneidwerk verkaufen. Ja, das mache ich aber dann bei uns. Wirst du über Ebay verkaufen? Ja. Okay. Weil dann haben wir jetzt wirklich die Technik... Gottes Willen, was wir in der Folge alles gemacht haben. Da war ja die ganze Technik dann einmal durchgetauscht. Weil dann können wir jetzt wirklich Ende Herbst mähen wir nochmal den ganzen Rasen ab. Machen daraus die Lageballen. Verdienen dann damit im Anfang Winter richtig Kohle. Gucken Anfang Winter. Also wir machen nochmal das Hühnerfutter-Ding voll, wie viel hier reingeht. Rechen dann aus, dass wir da das mal 12 brauchen, was da drin ist. Plus eine kleine Reserve und dann verkaufen wir noch Getreide dementsprechend. Also sollten wir... Oh. Dann habe ich statt Alt habe ich die Windows-Dust deaktiviert. Na, auch nicht schlecht. Sollte durchaus jede Menge Geld zustande kommen. Aber, weißt du was ist? Die Folge ist vorbei. Richtig. Ist das die letzte, die wir heute aufnehmen? Ja. Alles klar. Dann... Ich werde die Maschinen noch ins... am Hof bringen. Ja komm, dann können wir uns dann auch noch aufnehmen. Ja. Gut. Weil... Können wir uns noch irgendwelche dummes Doris erzählen hier. Ich muss das Pferd ja auch noch fertig reiten hier. Den habe ich hier jetzt unter mir. Der sieht schon lustig aus, ohne... Ah. Dann schon fertig zu sein. Weil ich habe unten ja jetzt die... Das Mähwerk dran. Ja. Und drüber die... Ähm... Ne? Ich habe gerade der Name nicht an. Mhm. Wo die Schaffeln dran kommen. Ja, den Frontladerarm. Den Frontladerarm. Der schaut so lustig aus. Ja ne, dann kannst du jetzt nämlich wirklich vorne mähen, hinten gleich wickeln. Und... Also quasi gleich pressen. Und ich fahre mit der Wickelmaschine hinterher und wickel die Dinger dann ein. Und dann lassen wir sie liegen, bis sie dann durchgegart sind. Und dann ist gut. Ja. Na, wir können sie aufsammeln, aufstapeln. Weil halt herumliegen lassen ist auch doof, wenn wir was anderes machen. Die werden ja über einen Tag brauchen. Ne, die brauchen genau einen Tag. Ja. Die können wir hier über den Winter dann verkaufen. Gut. Wann ist denn der Preis für Silage am höchsten? Ähm... Perfekt. Also Herbst und den ganzen... Also der letzte Herbsttag und den ganzen Winter über. Da liegt der Preis bei 172 pro 1000. Das heißt, das mal 4 ist ein Ballen. Also 170 mal 4 sind... Hey, da darf ich hier wieder... 100... 7 mal 4 sind 28... 600 pro Ballen. Was? Da kriegst du 600 pro Ballen? Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist happig. 600 pro Ballen. Bei 8 Ballen kriegst du ja dann deine... 4.000... 8 mal 6 sind 4.800. 4.800, ne? Ich bin mit der Gelddruckmaschine da. 4.800 bei 8 Ballen. Das ist gut. Das ist echt gut. Gefällt mir. Gut. Okay. Du bist mit der Gelddruckmaschine da. Also das Geld drucken, das wird natürlich jetzt noch ein bisschen dauern. Aber was willst du machen? Naja, morgen. Ja, morgen mähen. Übermorgen Geld drucken. Ja. Aber wer weiß, wie viele Ballen wir rauskriegen. Das könnten ein paar wären. Schön. Das ist gut. Oh, das bringt richtig gut Geld. Wir brauchen eine größere Hochfläche. Ja, wir brauchen eine größere Hochfläche. Das stimmt. Wir müssen da noch ein bisschen planieren, ein bisschen baggern. Ein bisschen nach links können wir noch, oder? Nee, können wir nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. Nein, nach rechts. Sollen wir das Haus verschieben? Oder vor dem Haus noch Hochfläche machen? Ich meine, wir hätten ja jetzt quasi... Dort, wo der Bunker war. Dann hätten wir ein Strandhaus. Ja, aber das Haus da hinten versetzen, das ist ja jetzt auch ein bisschen teuer. Da kannst du jetzt ein paar Maschinen unterbringen. Dass wir da den Mähdrescher abstellen und so. Weißt du, wie ich will? Mähdrescher brauchen wir nicht so oft. Das sind Maschinen, die wir nicht so oft... Da können wir auch die ganze Rasentechnik dahin bringen. Was wir zum Rasenmähen brauchen. Das brauchen wir ja nicht unbedingt am Hof. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich fahr schon mal den Mähdrescher darüber. So, verkaufst du den Arm jetzt am... Den kann ich nicht verkaufen. Den kannst du nicht verkaufen. Kann ich doch verkaufen, Käse. Ja, dann kannst du ihn wohl nicht verkaufen. Muss ich ihn reparieren? Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann gerade irgendwie gar nichts verkaufen. Vielleicht kannst du da... Kann man dann den Spot dort nicht verkaufen. Das kann ich sagen. Dann müssen wir hier noch ein bisschen betonieren, ne? Die Fläche. Ja, und ein bisschen gerader Anglärmung. Was hast du gemeint? Was kann ich noch verkaufen? Das ist alles erstmal. Hast du nicht irgendwas mit Gabel gemeint? Achso, ja. Eigentlich theoretisch den... Die Ballenspieß. Weil wir könnten theoretisch den Ballenspieß ja immer aus... Aus dem hier rausnehmen. Quasi. Hier ist ja ein Ballenspieß drin in der Maschine. Jetzt hast du aber hier den Ballen genau davor gelegt. Du musst erstmal den Ballen hier in die Maschine reinschmeißen. Jetzt hast du die Folge nochmal... Ah, anscheinend willst du das diese Folge nochmal machen. Ich mach's den Ballen auch mal in die Maschine rein. Das sieht schon mal ganz gut aus. Guck mal, kann er doch richtig gut. Richtig gut macht er das. Hopp. Das passt ungefähr von der Höhe. Hopp. So gehört das. Dann kannst du das Ding auch noch verkaufen. Ich werde das heute nicht mehr verkaufen. Aber ich werde das anschließen, dass wir das mal wissen, dass wir das verkaufen wollen. Ja, aber ob wir bei den Ballenspießers denn noch wissen, das ist die zweite Frage. So. Die Pferde, beziehungsweise die ganzen Viecher müssen wir ja noch auf Reinlichkeit untersuchen. Das ist interessant. Wir haben eine normale Antenne aus dem Dach und eine Satellitenschüssel. Aber an der Satellitenschüssel ist kein Empfänger dran. Kein LNB. Ja. Und das Rohr, was hier oben rausguckt, für die Abgase, das ist auch, sagen wir mal... Semiprofessionell? Na ja. Auch ein bisschen klein. Hm. Wo bist denn du? Ich schaue da gerade wegen der Fläche. Alles klar. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt hier an dieser Stelle und sehen uns dann demnächst wieder. Aufnahmesession ist auch vorbei. Das war auch beim nächsten Mal dann wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr ja könnt, ihr gerne einen Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Das war eine Runde LS19 hier aus D-Game-Studio. Bei uns ist Chaos. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.